Einen großen Umbruch im Kader aufgrund von finanziellen Problemen musste der Chemnitzer FC hinnehmen. Trotzdem ist man optimistisch in die Saison gestartet, nach sechs Spieltagen aber ist die Euphorie weitestgehend verflogen. Über die sportliche Situation wollen wir sprechen mit dem CFC-Routinier, der aktuell verletzt ist. Chris Löwe ist mir zugeschaltet aus Chemnitz. Hallo Chris. Hallo. Ganz kurz Anfang Mai haben Sie sich das Band gerissen im Knie. Wie geht es Ihnen aktuell und was macht das Knie? Ja, es ist sehr zäh, muss ich sagen. Also es läuft leider nicht ganz so, wie ich mir das erhofft hatte. Ich renne irgendwie von einem Problem ins nächste und werde noch ein ganzes Stück brauchen leider, bis ich wieder zurückkommen kann. Was heißt ein Problem ins nächste? Also ist es nicht nur noch das Knie jetzt, was schmerzt? Ich war jetzt auch mal krank gewesen zwischendurch. Da war ich dann wieder irgendwie zwei Wochen raus und bin im Knie halt leider, seitdem es passiert ist, nicht wirklich schmerzfrei. Es gibt immer wieder Übungen, immer wieder Dinge, wo ich es merke und wo eben ein Problem auftritt. Und deswegen ist es aktuell leider extrem zäh. Ich bleibe aber dran und gucke, dass ich so schnell wie möglich irgendwie zurückkommen kann. Aber gibt es denn vielleicht eine Prognose? Was sagen denn die Ärzte, wie lange es noch dauern könnte? Naja, da lehnt sich irgendwie gerade niemand so wirklich aus dem Fenster, weil wie gesagt, ich von einem Problem ins nächste irgendwie laufe, weil mir das Knie mal bei einer bestimmten Übung wehtut, mal beim Passen wehtut, dann tut es ihm eine Woche später wieder woanders weh. Also irgendwie ist das gerade alles ziemlich zäh und ich hätte mir das gerne anders gewünscht, aber muss jetzt irgendwie das Beste draus machen. Ja, sechs Spiele haben Sie jetzt schon verpasst, sechs Spiele, die Sie zugeschaut haben. Wie sehr haben Sie gelitten seit Beginn der Saison? Ja, wir haben natürlich logischerweise nicht die Punktausbeute, die wir uns zumindest erhofft hatten. Dass es schwierig wird und dass das eine sehr zähe Angelegenheit werden kann und dass wir da Geduld brauchen und das Ganze, das war klar. Und deswegen habe ich natürlich auch gelitten, vor allem auch mit den Jungs, weil ich weiß, was solche Phasen mit einem machen, wenn man so lange kein Spiel gewinnt. Aber ja, wir müssen die Köpfe oben behalten, müssen weitermachen und dann hoffe ich, dass wir sehr, sehr zeitnah ein Ligaspiel dann gewinnen. Sie sind ja nah dran in der Mannschaft, haben Sie das Gefühl, die machen das, die behalten den Kopf oben und sind weiter motiviert und ja, haben vielleicht auch irgendwie das Selbstvertrauen noch, dass sie ein Spiel gewinnen können? Ja, das ist natürlich ein extrem sensibles Gebilde. Das ist einfach so. Denn wenn ich so lange dem hinterherlaufe, zwischendurch auch wirklich Spiele habe, wo ich eigentlich gewinnen muss, wo am Ende bloß dieser letzte Punch nach vorn fehlt, dann ist das klar, dass das was mit einem macht. Und deswegen kommt man da, auch wenn das am Ende doof klingt, nur raus, wenn man eben ein Spiel gewinnt und das Gefühl bekommt, hey, ich kann es noch. Und auch wir sind in der Lage, ein Spiel zu gewinnen. Und dann kann sich das Ganze auch wieder ein Stück weit drehen. Dann kann wieder das Selbstvertrauen größer werden. Und dann haben wir auf jeden Fall genug Qualität in der Mannschaft, um mal mindestens zwei Mannschaften hinter uns zu lassen. Und am Ende ist es so bitter, wie das von den Chemnitzer FC klingt. Aber nach dem, was in den letzten Wochen und Monaten wieder passiert ist, ist tatsächlich das, um was es geht. Also kann man sagen, das ist jetzt das Ziel dieser Saison? Hauptsache drinbleiben irgendwie? Ja, wir haben das intern schon, glaube ich, relativ realistisch auch einschätzen können. Wir haben einen Kader zusammengebaut in einer Rekordzeit, ohne irgendeine Vorbereitung mehr oder weniger aus der kalten, mit einem niedrigeren Budget als letztes Jahr. Und das ist extrem schwierig. Und das haben wir jetzt geschafft. Wir haben ein paar gute Jungs dabei. Und ich denke, dass wir das schon hinbekommen. Das Spiel gegen Chemie am Wochenende haben Sie sicherlich verfolgt. Waren Sie dabei? Waren Sie im Stadion? Nee, ich war leider nicht dabei. Ich habe es aber im Fernsehen bei euch gesehen. Es wurde entschieden, aufgrund von einer einzigen Situation, ein Schuss, den Chemie da aufs Tor abgibt. Was denken Sie? Ist das ein Sonntagsschuss? Ist das einfach Pech gehabt? Na ja, am Ende, wenn man es dann mal fußballerisch analysiert, sind es natürlich zwei Komponenten. Komponente Nummer eins ist, wenn ich Chemie analysiere und wenn ich weiß, dass Chemie ein paar Spieler hat, die aus der Distanz ziemlich gut schießen können, dann muss ich logischerweise anders diesen Schuss verhindern. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, und das weiß er selber am besten, dass dieser Ball logischerweise haltbar war. Aber wir haben uns als Verein dafür entschieden, einem jungen Torwart die Chance zu geben. Und da müssen wir am Ende auch damit leben, dass dieser junge Torwart mehr Fehler macht, wie vielleicht ein gestandener Torwart. Aber er muss daraus lernen, muss seine Schlüssel daraus ziehen, muss weiter an sich arbeiten, was er tatsächlich auch täglich in einer extremen Art und Weise tut. Und dann wird er sich auch stabilisieren und am Ende der Rückhalt für uns sein, den wir dann brauchen. Jetzt sind ja neben Ihnen noch drei weitere Leistungsträger verletzt. Gestern hat sich noch einer, jetzt am Wochenende hat sich noch einer verletzt, Davis Smith. Wissen Sie schon, wie es dem geht, was da rausgekommen ist bei der Untersuchung? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe es ja auch nur im Fernsehen gesehen, aber so, wie es eben im Fernsehen aussieht, dann wäre er wahrscheinlich mit einem Innenbandriss ziemlich gut davongekommen. Also das Innenband, gehe ich jetzt mal davon aus, ist auf jeden Fall kaputt. Und wir drücken ihm jetzt mal die Daumen, dass es dabei bleibt und dass das Kreuzband an sich stabil geblieben ist. Weil noch jemanden, der dann über vier, fünf, sechs Monate, sieben, acht Monate, wie lange auch immer, ausfällt, können wir natürlich in unserer Situation mit dem Kader, den wir haben, eigentlich nicht getroffen. Wie sieht es denn aus mit den anderen? Sind die auf dem Weg der Besserung? Also ist da zumindest Hoffnung, dass da der ein oder andere zurückkommt zeitnah? Also ich glaube schon, wenn man mit den Jungs redet, dass wir Robert Berger, Robert Ziggert und Jan Koch dann doch relativ zeitnah wieder sehen. Also ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall alle drei im Laufe des Oktober spätestens wieder auf dem Platz sein werden. Sie haben ja vor dem ersten Saisonspiel ein paar Worte an die Fans gerichtet. Wohl wissentlich, dass es eine wahrscheinlich schwierige Saison werden wird und haben gesagt, wir wollen eine neue Geschichte schreiben. Wir wollen gemeinsam das machen und miteinander durch diesen Weg jetzt gehen. Wie könnte denn dieser Weg jetzt aussehen im Moment? Naja, der Weg oder das, was ich gesagt habe, hat sich natürlich vor allem auch daran gewendet, was quasi im Verein passiert. Also das bedeutet, dass wir da jetzt mit Uwe Hildebrand jemanden sitzen haben, der quasi probiert, das Ganze mal aufzurollen, was passiert ist mit seiner Geschäftsstelle. Der probiert, diese finanziellen Themen in den Griff zu kriegen. Der probiert, Budgets für die nächsten Jahre aufzustellen, wo wir dann wirklich mal wieder realistischerweise darüber sprechen können, auch eine Liga hochzugehen. Aber über allem steht natürlich logischerweise, dass wir dieses Jahr sportlich eine extrem schwierige Situation haben und dass es wirklich dieses Jahr einfach bloß darum geht, in dieser Liga zu bleiben. So bitter, wie das für alle ist, die mit dem Chemnitzer Fußball irgendwie verbunden sind. Aber das ist es, um was es geht. Dieses ganze Gebilde Chemnitzer FC quasi nochmal von Grund auf auf solide Beine zu stellen, um dann in den nächsten Jahren irgendwann davon zu profitieren. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, dass wir Geduld brauchen. Und da haben vielleicht am ersten Spieltag viele gedacht, naja, Geduld. Aber man sieht es jetzt, dass es so ist. Wir brauchen Geduld und wir müssen vor allem zusammenhalten, weil jetzt die richtigen Leute am Werk sind. Man das merkt, dass da ein Stück weit auch was zusammenwächst, auch wenn die Ergebnisse aktuell fehlen. Aber das ist das, was wir brauchen. Und wenn wir das schaffen, über dieses Jahr hinweg, dann glaube ich schon, dass der Chemnitzer Fußball wieder einer erfolgreichen Zukunft entgegensteuert. Sie hätten ja gesagt, es fehlt jemandem, der dann da vorne mal den Punch setzt. Gibt es denn die Hoffnung oder die Möglichkeit, diesen jemanden, der da noch fehlt, vielleicht doch noch zu verpflichten? Das weiß ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass wir das gar nicht brauchen. Weil wir haben mit Dejan Bosic jemanden vorn drin, der, glaube ich, in allen Spielen, die er jetzt gezeigt hat, was er für eine Qualität hat insgesamt. Also der ist beidbeinig, der ist groß, der ist kopfballstark, der kann die Bälle gut festmachen. Das Einzige, was ihm fehlt, ist so ein Tor aus dem Spiel heraus. Weil den Elfmeter zählen wir jetzt mal nicht mit rein. Und ich glaube, wenn das einmal passiert, dass auch bei ihm die Möglichkeit da ist, dass der Knoten dann komplett platzt. Und dann ist er ein Stürmer, der macht ja zehn plus Tore. Und das ist das, was wir brauchen. Und ich glaube auch, dass wir jetzt, und das hat man am Samstag gegen Chemie gesehen, dass wir mit Dahmer jemanden dazugewonnen haben, der schon extrem gute Ansätze hat. Und der uns im Offensivspiel mit Sicherheit sehr, sehr gut tun kann. Jetzt ist eine Woche Pause. In zwei Wochen geht es dann zu Hause gegen Lok Leipzig. Wie lautet die Kampfansage? Die Kampfansage aus unserer Position ist ein bisschen schwer. Am Ende haben wir jetzt in den Heimspielen gezeigt, dass wir in der Lage sind, auch Topmannschaften in der Liga vor große Probleme zu stellen. Und das muss das Ziel sein an dem Freitagabend gegen Lok mit dem Zusatz, dass wir eben den Punch nach vorn brauchen und dass wir eine der Chancen, die wir dann kriegen, auch mal nutzen. Dann wünschen wir alles Gute, vor allem gesundheitlich alles Gute auf dem Weg zurück auf den Platz. Und ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen lieben Dank. Und damit sind wir am Ende des Talks. Vielen Dank für Ihr Interesse und machen Sie es gut. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.